Amari und das Spiel der Magier. Auf dieses Buch habe ich zwei Jahre lang gewartet und ich bin so begeistert. Der erste Teil hat mich schon unglaublich begeistert. Amari und die Nachtbrüder hieß es. Jetzt ist der zweite Teil endlich erschienen und er hat mich von den Socken gehauen. Es geht, spielt direkt im Anschluss von Amari und die Nachtbrüder und es geht um Amari, die in dem ersten Teil ihren Bruder quasi retten konnte vor den Nachtbrüdern. Allerdings liegt er seitdem in einem Koma. Und jetzt endlich steht die Sommerakademie da bevor und sie kann endlich wieder in die übernatürliche Welt reisen und Quinten ihren Bruder besuchen. Doch kurz bevor die Sommerferien einsetzen, hat sie noch einen Schulausflug zu erledigen. Das ist so die letzte Amtshandlung, die noch vor den Sommerferien ansteht. Und während sie in einem Bus sitzen und zu einem Museum fahren wollen, passiert etwas völlig Außergewöhnliches. Es gibt einen Zeitstillstand. Einen richtig langen, großen Zeitstillstand, von denen alle im Bus betroffen sind. Nur Amari nicht. Warum das so ist, weiß sie nicht. Nachdem endlich der Zeitstillstand aufgehoben ist und alles wieder normal läuft, bekommt Amari eine Nachricht, sie ist von der Sommerakademie ausgeschlossen. Und sie sagt, warum? Wieso? Was ist passiert? Doch damit hat die übernatürliche Welt scheinbar die Rechnung ohne Elsie gemacht. Denn Elsie ist die beste Freundin von Amari und sie hat eine Idee. Sie hat eine zündende Idee und eine rettende Idee. Und Amari darf doch an der Sommerakademie teilnehmen. Allerdings bereitet ihr dieses Mal dieser Zeitstillstand jede Menge Probleme und leider auch jede Menge Sorgen. Und was noch viel schlimmer ist, sie soll der Magierschaft vorstehen, was sie nicht möchte. Jedenfalls noch nicht mit ihren 13 Jahren. Das ist ja alles ein bisschen sehr früh. Aber wie sie dem Ganzen einen unglaublichen Sommer wieder mal verlebt, das müsst ihr in Amari und das Spiel der Magier selber lesen. Tut es, es ist der Hammer. Viel Spaß damit.